Herzlich willkommen zu R&D-Kontext, am Tag nach der US-Wahl. Die US-Wahl scheint entschieden. Donald Trump wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten und damit der wohl mächtigste Mensch der Welt. Was hat das für Folgen für die deutsche Innenpolitik und für Deutschlands Rolle in der Welt? Antworten auf diese Fragen hat Andreas Niesmann, Ressortleiter im Hauptstadtbüro des R&D. Ja, Andreas, heute Abend tagt der Ausschuss der Ampelkoalition. Das Ergebnis dieser Wahl heute, die Wahl Donald Trumps, hat das Folgen für dieses Jahr mit großer Spannung erwartete Gespräch? Ja, also Folgen wird das mit Sicherheit haben. Die Frage ist natürlich, welche. Und das haben wir in den letzten Tagen auch die Ampelpolitiker alle ständig gefragt. Und da haben die alle sehr sich bedeckt gehalten. Ich glaube, die Grundkonstellation hat sich ja durch den US-Wahlsieg von Donald Trump nicht groß verändert. Also die Grünen und die SPD wollen gerne weiterregieren. Bei der FDP weiß man es gerade nicht. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, führt dieses Ergebnis dazu, dass Christian Lindner die Appelle an seine staatspolitische Verantwortung, dass er die etwas ernster nimmt oder dass das bei ihm nochmal so ein Nachdenken auslöst? Oder sogar ist es vielleicht die Chance oder das Window of Opportunity für so einen großen Wurf, von dem ja manche noch träumen? Also dass man zum Beispiel sagt, Donald Trump hat ja immer gesagt, ihr müsst mehr für euer Militär ausgeben. Deutschland erfüllt gerade dieses Jahr zum ersten Mal die 2-Prozent-Quote. Also man könnte sich natürlich auch überlegen, neues Sondervermögen, mehr für die Ukraine. Also dass man an diese Verschuldungsregeln rangeht und dann nochmal einen großen entschlossenen Wurf hinlegt. Das wäre, glaube ich, das positive Szenario für die Ampel. Das negative Szenario ist, dass Lindner sagt, was interessiert mich das? Mir geht es hier um die Innenpolitik, um die deutsche Wirtschaft und dann, glaube ich, ist diese Koalition heute Abend am Ende. Ein paar Stunden haben die ja noch sich zu sammeln. Was klar ist, früher oder später werden wir starten in den nächsten Bundestagswahlkampf. Der Wahlkampf in den USA war geprägt von Seiten des Wahlsiegers jetzt, von Donald Trump, von populistischer extremer Rhetorik und von Falschbehauptungen. Damit hat er gewonnen. Hat das aus deiner Sicht Auswirkungen auf den Bundestagswahlkampf, der uns jetzt bevorsteht? Ja, das hat es definitiv. Und ich glaube, die Parteien wissen noch gar nicht, wie viel Auswirkungen das hat. Ich glaube, wir werden uns die nächsten Monate extrem damit beschäftigen. Weil dieses Ganze, wir hinterlegen Lügen, Falschnachrichten mit Fakten, da merkt man irgendwie, es funktioniert nicht. Es interessiert viele Leute einfach gar nicht mehr. Wie sind da die Fakten? Und darauf gibt es keine richtige Antwort bislang. Also man kann soweit gehen, der Versuch in den USA zumindest, da gibt es ja auch die großen Auswertungen von der New York Times, Washington Post etc. Den muss man leider als gescheitert bewerten. Und die Frage, wie die Parteien darauf hier reagieren, die ist aus meiner Sicht völlig offen, weil wir auch sehen ja, dass die Populisten in Deutschland es ja genauso machen, dass sie es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen und sie biegen, wie es ihnen passt. Und es ist offenbar so, dass es einen zunehmenden Teil der Bevölkerung einfach nicht interessiert. Dann lass uns zum Abschluss nochmal konkreter blicken auf Personen, die im Bundestagswahlkampf eine ganz entscheidende Rolle spielen werden. Die Kanzlerkandidaten respektive Potenziellen. Olaf Scholz für die SPD, Friedrich Merz für die CDU, Alice Weidel mutmaßlich für die AfD, um mal die drei derzeit Stimmenstärksten zu nehmen. Wer von denen wird am meisten, könnte am meisten profitieren von einem US-Präsidenten Donald Trump, der dann ja im Januar ins Amt eingeführt wird? Also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass Olaf Scholz am wenigsten davon profitieren wird, weil er war der große Joe-Biden-Versteher. Biden war sein mit Abstand engster Verbündeter. Scholz ist ja auch in Europa gar nicht so gut vernetzt, hat ein legendär schlechtes Verhältnis zu Emmanuel Macron und hat immer auf Biden gesetzt. Biden ist jetzt weg und Scholz' Hoffnung, dass er durch Harris ersetzt würde, hat sich damit auch zerschlagen. Mit Trump wird er ganz sicher seine Probleme haben schlecht klarkommen. Friedrich Merz sagt über sich selbst, hat er ja schon immer gesagt, ich komme mit dem Trump irgendwie klar. Merz ist ja der große Transatlantiker der auch Kontakte in die republikanische Partei hat, hatte. Also insofern sehe ich da einen leichten Vorteil bei ihm. Naja und Alice Weidel, da weiß ich nicht, die hat heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt, sie hat Trump schon gratuliert. In meiner Warte wirkte das so ein bisschen unfreiwillig komisch. Da habe ich gedacht, da wird er sich groß gefreut haben. Aber natürlich ist das ein Ergebnis grundsätzlich, was der AfD und das merken wir auch an den ersten Äußerungen Wind unter die Flügel gibt. Andreas, ganz herzlichen Dank für diesen Kontext. Ja und Ihnen auch ganz herzlichen Dank für die Zeit. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie bei rnd.de dabei, da werden Sie alle Updates erfahren zu den Folgen der US-Wahl. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.